Und damit einen wunderschönen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Onimusha 3 Demon Siege. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, ich habe jetzt etwas länger eine Pause gehabt. Ich muss gestehen, ich habe zwischen der letzten Folge und dieser Folge drei verschiedene Spiele let's playt und ich muss erstmal wieder reinkommen. Aber das soll uns mal nicht stören. Wir gehen jetzt mal in die Kirche. Notre Dame, ist das eine Kirche? Ich weiß es nicht. Jetzt hör auf mit Grundwissen. Ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier in diese Notre Dame, whatever it is. So, es ist eine Kirche anscheinend oder irgendwas anderes. So, und jetzt metzeln wir erstmal ein paar Monster hier. Nein. Warum stichst du denn in den Boden? So. Ja, ich muss wie gesagt die Steuerung erstmal wieder so ein bisschen reinkriegen. Aber ich denke, das wird kein Problem für uns. So, da vorne sehe ich doch schon mal eine wunderschöne Kiste, die nehmen wir... Oh, Moment mal. Ah, doch, ich nehme auf. Okay. Ich habe gerade schon gedacht... What the fuck? Wieder so ein kleines Mistvieh. Komm her. Ja, gib her. Was hast du da? Ein Öko-Geist. Vollkommen öko. Wo ist denn jetzt der kleine Pipi-Geist hin? Ich sehe ihn nicht. Ja toll, jetzt ist der weg, oder was? Ja, die kleine Fee beschenkt mich hier ohne Ende. Normaler Pfeil. Gib mir Pfeile. So, jetzt wo ist dieser kleine Kack-Geist hin? Den brauche ich doch. Da ist er. Nein, du bleibst da. Stirb. Oh, jetzt ist der schon wieder weg. Egal. Was haben wir hier? Eine grüne Weste. Müssen wir gleich mal gucken, was genau das ist. Eine Salbe erhalten. Falls wir uns mal irgendwie eine Infektion holen. Untenrum können wir uns schön einsalben. So. Da ist er, glaube ich, gar... Doch, da ist was drin. Lol, noch ein Öko-Geist. Aber wo ist jetzt dieser kleine Kack-Geist hin? Ja, jetzt ist er komplett weg, ne? Scheiße. Ah, die haben immer gute Items. Aber in dem Fall habe ich es jetzt leider echt verkackt. Aber kann ich jetzt auch nicht ändern. So, mir fallen schon diese komischen Kerzenständer auf. Da muss ich gerade mal gucken, ob ich da irgendwas machen kann. Hier sind drei an. Hier ist eine an. Da muss ich doch bestimmt irgendwas machen. Die Statue ist in Dunkelheit gehüllt. Ja, und jetzt? Was soll ich jetzt machen? Ne, auch nicht. Was soll ich denn hier machen? Äh, gute Frage. Nächste Frage. Da vorne war noch ein Zettel. Oder was ist das hier überhaupt? Diese Statue. Einer Bestie hat eine Steinkugel im Maul. So, was steht denn hier geschrieben? Auf dem Blatt steht heiliges Licht. Zeigt dir die... Zeigt dir dunkel und hell. Hä, okay. Gute Frage. Machen wir denn da? Hier kann ich auch nichts machen. Ein Teil der Verzierung wurde rot bemalt. Das Teil drücken, ja. Aha. Es eröffnet sich ein Weg. Interessant. Wollen wir da mal reingehen? Oder... Ich weiß ja nicht. Ich meine... Das Rätsel hier kommt mir noch irgendwie unvollständig vor. Hier müssen wir doch bestimmt noch irgendwas machen. Ah, ich sauge dich auf. Vielleicht können wir jetzt irgendwas machen, weil das hochgefahren ist. Na, Kamera. Dunkelheit gehüllt. Ja, was soll ich denn hier machen? Oh nein, nein, nein. Das wollte ich doch gar nicht. Nein. Oh, weil ich die Steuerung nicht kenne. Kacke. Oh, jetzt haben wir... Oh nein. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Äh, Uni absorbieren. Dunkel, versteckt, scheint, Ornament. Äh, es ist kaum zu lesen wohl von Genma geschrieben. Ja, toll. Habe ich jetzt auch nicht viel von. Jau, wie soll ich da denn durchkommen? Ach so. Au. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht durch, ne? Der Weg geht hinter dem Tor weiter. So, ein Genma-Gerücht. Unheimlicher Schädel. Er sieht beweglich aus. Ihn bewegen ja... Okay. Okay, jetzt sind die Klingen weg und die Tür öffnet sich. Das ist doch schön. Ja, und Monster kommen natürlich. Warum auch nicht? Die hacken wir jetzt erstmal alle weg. Oh nein, das ist eine Trickkiste, ne? Oh nein. Ich liebe ja diese Kisten. Warte mal. Oh fuck. Sechs Züge. Da muss ich jetzt erstmal überlegen. Warum nicht gleich so? Meine Fresse. So, wir haben ein Oni-Juwel bekommen. Was ist denn jetzt schon wieder hier? So. Okay. Naja, wir haben das Rätsel gelöst. Es hat nur 20 Minuten gedauert. Nein, Quatsch. So lange nicht. Aber es hat schon einige Zeit gedauert. Bis ich endlich mal darauf gekommen bin, wie das Rätsel zu lösen ist. Aber ich bin auch nicht der Heldste. Er wartet nicht zu viel. So, die machen wir eben alle mal dort. So, du bekommst jetzt mal ein Special. Bam. In your face. So, was haben wir hier? Ein Anti-Dunkel-Zauber. Ah, den brauchen wir wahrscheinlich. Den brauchen wir doch wahrscheinlich. Jetzt ist die Frage. Warte mal. Gegenstände haben... Was für Waffen haben wir überhaupt? Tenso nur, ne? Ich denke mal, dass wir gleich eine neue Waffe kriegen. Saug-Dunkelheit. Vier Heilige verdunkelt vom Bösen. Ihr geheimes Licht der Rechtschaffenheit von der Dunkelheit verschleiert. Ermutigt durch die Macht des Talismans, vertraut dem winzigen Licht der Heiligen und nehmt die Dunkelheit auf. Dann wird das heilige Licht zurückkehren. Die Heiligen werden scheinen, wie einst um euch wird große Macht gewährt. Okay. Hier komme ich nicht runter. Dann, ja, da hinten brauche ich auch nicht langlaufen. Weil wir die dementsprechende Waffe nicht haben. Deswegen denke ich jetzt mal, wenn wir das Rätsel in Notre Dame lösen, dass wir eine neue Waffe bekommen. Aber das ist eine Spekulation. Mal gucken, ob ich richtig liege. So, gib mir die ganzen schönen roten Punkte. Dankeschön. Ah, guck mal, schon wieder so ein Vieh. Nein, warum haust du denn dahin? Samanuski, what are you doing? Egal, wir gehen raus. Warum bin ich denn jetzt schon wieder hier? Ah, gib mir den geilen Scheiß. So, jetzt hau ich aber ab. Obwohl, wir können ja die zwei eben noch voll machen. So. Alles ist gut. Und ich glaube, es wird Zeit, dass ich gleich mal irgendwie ein Heilkraut nehme oder irgendwas. So, mal gerade gucken. Gegenstände Kräuter. Das sollte erstmal ausreichen. So, jetzt muss ich nur die richtige Tür nach draußen finden. Und ich glaube, die war es. Ja, ja. So, dann gucken wir mal eben. Ja, ihr fehlt mir jetzt noch. Und da hinten ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Kann ja unsere Fee eigentlich holen. Warum haust du denn immer in die falsche Richtung, ey? Ich meine, ich stehe schon vor seinem Gesicht und er haut trotzdem in die andere Richtung. Yo, in zwei Teile gehackt. So, gib mir die ganzen roten Punkte. Nice. So, wie ging das jetzt nochmal? Irgendwas muss ich gedrückt halten, ne? So. Ah, muss ich gedrückt halten. Ah, auf Playstation leere ist X. Ja, hau mich kaputt, komm. So, vorbei mit dir. So, jetzt probieren wir mal folgendes aus. Ach, ich kann das jetzt aufsaugen, wegen dem Dunkelzauber wahrscheinlich, ne? So, hier ist eine Kerze an. Wo sind die mit zwei Kerzen? Das wird ja wohl eine Reihenfolge haben. Ja, wahrscheinlich da ganz hinten, ne? Das war ja klar. So, Nummer zwei. Drei ist wieder auf der anderen Seite. Schön immer hin und her laufen hier. Drei muss hier sein. Und Nummer vier. Jetzt bin ich aber gespannt, was passiert. So, und nun? Okay. Ah, wo war denn jetzt die Statue? Ach, hier. Voll dran vorbeigelaufen. Die Kugel im Maul leuchtet strahlend hellblau. Geil, Kuga. Okay, das erste, was ich jetzt tue, ist natürlich. Das Schwert erstmal ein bisschen aufleveln. Die Tür ist fest verschlossen. What? Okay. Dann halt nicht. Dann müssen wir jetzt wieder runter zu der Tür, die wir vorher nicht öffnen konnten, weil wir halt die Waffe noch nicht hatten. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wo die uns hinführt. Aber vorher werden wir mal ein paar Gegner damit metzeln. Mal gucken, wie die Waffe so ist. Oh, war ja klar. Ey, what? Come on. Warum treffe ich die nicht? Was ist denn da falsch? Ey, das gibt's doch gar nicht. Also, ich spiele in der Runde hier ziemlich kacke, muss ich gestehen. Das kommt davon, wenn man so lange nicht spielt. Aber ich glaube, ich habe ihn erwischt durch die Wand. So, hier war ja der Knopf für die Klingen. Voll daneben. Warum hat er das jetzt nicht getroffen? Also, das ist ja wohl meine übelste Frechheit vom Spiel. Bam, boah, beide in zwei Stücke zerhackt. So gehört sich das. So, was haben wir hier drin? Eine Notre-Dame-Karte. Okay. Aber bevor ich jetzt hier weiterspiele, wir brauchen unbedingt noch eine Salbe. Das ist ja ultra brutal. Also, ich spiele, glaube ich, gerade echt kacke. Kann das sein? Nein, nicht schon wieder diese komischen Klingen. Ach, Mann. I don't like it. Ja, komm, bring mich gleich um. Ist alles gut. So, ich gebe mir den Punkt und wir müssen uns wieder heilen. Das ist ja unglaublich. Jetzt nehme ich eine Medizin. So, schnell, 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 schnell. Da ist auch noch eine Kiste. Die brauche ich. So, was haben wir denn hier? Eine Strickleiter. Ah, okay. Ein Schutzspiegel. Äh, was wollen sie tun? Aufwerten natürlich. Äh, jetzt leveln wir mal eben so ein bisschen die Kuga auf. Wird natürlich nicht reichen, aber die Hälfte. Die kriegen wir voll. So, und hier fehlt ein Schädel, so wie das aussieht, den wir auch noch nicht haben. Wo kriege ich den denn jetzt her? Oh nein, schon wieder eine Trickkiste. Fünf Züge. Oh, holy crap. Warte mal. Äh, was, 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 hä? Das, 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 das. Nee, doch. Boah, beim ersten Mal. Ich glaube es ja nicht. Holy crap. Was? Statue in Tal? Ach, Talisman wahrscheinlich. Aber das ist jetzt nicht relevant für die Tür, oder? Das war ja gerade eben gucken. Oh, da fällt mir gerade ein. Warte mal, vielleicht ist ja der Fahrstuhl auch schon aktiv. Den wir, ähm, ja, ich glaube mal. Ah, ja, okay, jetzt weiß ich, wofür die Strickleiter ist. Ich dachte, das wäre ein Fahrstuhl oder so. Das ist aber für die Strickleiter. Ich verstehe. Dieser komische Abgrund, wo wir eben waren. Ja, gib mir erst mal die Punkte. Jetzt kannst du mich nerven. Oh, warum treffe ich das Vieh denn nicht? Samanuski, was ist dein Problem? So. Jetzt wird's aber knapp mit der Energie auch, ne? Boah! Ich bin so gut wie tot. Ein Treffer und ist es vorbei. Alter, Vater. Oh! Mach mich nicht fertig. Ja, die Kugel kannst du mir gerne geben. Geil. Zwei Stück sogar bekommen. Äh, hehehehe. Ja, dann benutzt doch die Strickleiter. Wofür hast du die denn? So, jetzt können wir da runter. Und da ist bestimmt der Schädel drin, den wir brauchen. Nice! Goldschädel! Wie benutze ich eigentlich nochmal den Bogen? Ich glaub mit R2 oder sowas. Ne, wie ging das denn nochmal? Ach, keine Ahnung. Find ich schon noch raus. Äh, wo müssen wir jetzt hin? Ich glaube hier. Wie ging das jetzt ehrlich mit dem Pfeil und Bogen? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Äh, ich weiß es nicht. Ich mein, das ging mit L2 oder so. Warum geht das denn jetzt nicht? Äh, was kann die denn stillstehen? Stellt HP wieder her. Entziehend, äh, entziehe Feinde, Lebenskraft und Seelen. Äh, Karte, Akte, bla bla bla. Okay, ich hab aber auch keine... Nein, nicht beenden, bist du bekloppt. Option, gibt's denn hier keine Steuerung oder sowas? Controller-Einstellung, hier. Äh, Bogenangriff, R1 und X. Okay. Hä? Ach so! Okay. Ich verstehe. Lol! Ja, ich muss mich immer dran gewöhnen, dass die Tasten hier, ähm, als Playstation-Tasten angezeigt werden. Das heißt, wenn da X steht und ich drücke hier auf dem Xbox-Pad X, ist das natürlich falsch. So. Einmal bitte den Schädel da reinpacken, Samanosuke. Gegenstände Goldschädel. Einmal einführen in die Tür. Nice. Jetzt ist auch diese Tür offen und für uns frei begehbar. Doch bevor wir das tun, meine lieben Freunde, werde ich nochmal eben so ein bisschen die Kuga aufwerten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Onimusha 3 Demon Siege wieder. Und ich glaube, so langsam komme ich wieder rein. Wenn ihr lustig seid, könnt ihr gerne ein Däumchen dalassen oder in die Kommentare schreiben. Das würde mich sehr freuen. Und den Kanal ein bisschen supporten. Also, bis zum nächsten Mal. Peace, bis dann und haut da rein. Ach ja, Moment. Puh. Aaaaaah.